Nun kommen ein paar Übungen zur Entspannung und zum Stimmbannschluss und zur Vibratoübung. Wir fangen an mit dem losen oder gerollten Zungen-R. Rosen. Und machen ein Rosen. Schön kopfig, schön leichter Klang. Rosen. Und du. Rosen. 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 Musik Musik Und dann haben wir nur du, nur du, nur du mit dem Probier alles auf einen langen Atemzug zu machen und Musik 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 Wunderbar! Da machen wir einen Vokalausgleich oder Angleich mit deinem Das N hält den Klang schön vorne am Gaumen und dann formst du wie ganz fließend ein Vokal das O Musik Streich dir dabei gerne die Wangen nach unten, dass dein Kiefer schön locker ist Musik Musik Nun, nun, na, nini. Nun, nun, na, nini. Unto Alain. Nun, nun, na, nini. Wunderbar. Und dann machen wir ein Wohle, Wohl. Wohle, 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 Wohl. Und tu. Noch two. Wuhle, 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 wuhle Musik Und willi will Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wunderbar, weitere Übungen gibt es in der nächsten Folge.